Energy Best Body Battle. Powered by JBA. Spannung steigt heute Morgen. Belinda, was machst du für deine beste Freundin? Erzähl mal. Ich bediene heute den ganzen Tag auf der Wiesn. Für wen willst du denn die Reise gewinnen? Für die Jojo. Das ist meine beste Freundin. Und warum soll die Jojo nach Las Vegas? Weil die Jojo immer für mich da war und sie eine alleinerziehende Mama ist. Wir dienst dir heute im Hofbräu-Festselt und da haben die Mädels immer eine ganz besondere Schürze an beziehungsweise ein ganz besonderes Zirnlohn. Das haben wir für dich am Start. Das darf ich dir jetzt einfach mal kurz überreichen. Jetzt schnell umziehen und dann geht's raus auf die Wiesn. Dann geht's los. Und jetzt ist es gleich soweit. Umgezogen bist du schon? Sieht klasse aus. Auf geht's. Das ist so mega anstrengend. Aber für die Jojo mach ich das. So, stopp, 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 Belinda. Jetzt aber stopp. Die letzten zwei, die gehören auf jeden Fall uns. Kommst du mit? Die letzten Stufen. Die letzten Stufen. Packst du es noch? Das schaffe ich jetzt auch noch. Sehr gut. Und steht da nicht die Freundin? Steht da die Freundin schon parat? Willkommen weiter ins Studio. Belinda, nach vielen, vielen Stunden, wie viele Stunden warst du jetzt im Hofbräu-Zelt unterwegs? Neun Stunden. Und das sind wirklich die allerletzten zwei? Von 217, glaube ich, die du heute durchs Zelt geschleppt hast. Wir haben deine beste Freundin, die Jojo, hier neben uns. Ich meine, das alles hat einen Sinn, oder, Dominik? Khalid, Armin van Buren, das JBL-Fest. Vier Tage lang feiern. Du hast es geschafft. Jojo fliegt nach Las Vegas! Jojo, jetzt bitte. Jetzt bist du mal dran. Mega geil! Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles für mich gemacht habt. Ich freue mich riesig. Bin in und weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.